äh wartet leute das prof ist ein netzes format auf meinem kanal herzlich willkommen äh ja letzte folge musste ich leider abbrechen tut mir leid jetzt finde ich mein handy nicht mehr bei until dawn ja letzte folge habe ich mich auch wieder erschrocken bisher gefällt mir das spiel echt gut äh also es geht ist jetzt nicht das neue outlast oder so aber es ist gut dafür was es sein nämlich ein spiel und wir starten direkt weiter äh Jess ist hier runter gefallen hey also babe siehst du den kleinen spalter zwischen loch und band diesen witzig kleinen spalt ja vielleicht kannst du dich einfach naja durchschlängeln oder so in der art deine meinung über meine figur gefällt mir wirklich aber ich glaube mit diesen ladies geht das nicht oh mit denen klar okay kapiert okay also wie wärs wenn du mir die lampe runter wirfst oder naja wie ein echter held runterspringst und mir raushilfst wir gehen runter okay ganz ruhig ich komm zu dir beeil dich aber bevor mich ein anderer sexy muskel trotzt oh fuck wären wir oben geblieben wären wir glaube ich gestorben okay hilf mir schieben hilf mir schieben wären wir oben geblieben wären wir gestorben Leute oh mein gott zum glück zum glück sind wir runter gesprungen oh mein gott das knappste ding unseres fucking lebens oh gleich kommt gar keine Ahnung wer hat das angeschoben oh himmel hier empfange ich ne menge vibes und zwar nur die richtig gruseligen kann ich was tun damit du die gänsehaut los wirst oh scheiße bitte nicht schwarz bitte nicht weiß oh ja weiß ist gut hey irgendwas hinter uns jetzt geht er uh sexy okay Sam hat etwas überlebt weiß Glück oh Sam hat etwas überlebt sieht so aus wie Sam könnte aber auch unsere Freundin sein Jess bisschen etwas später sind die Bergleute jetzt kommt unsere neue Szene bis ein Einsteiger einst Fick dich jo Fick dich immer noch ich hoffe wir hat das immer nicht ich ja müssen wir zurück oder ja halt die Fresse halt die scheiß Fresse da oben jetzt hier rechts hat etwas geblinkt Zigarre schräger Ort um gemütliche Zigarren zu rauchen Zigarrenstimme der der uns auch die Lore entgegengeschoben hat das hier ist ja historisch oh wie abgefahren das ist von den Ureinwohnern oder ich glaube nicht dass die Merkarbeiter eine alles klar von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts ja ich finde wir sollten jetzt hier raus dafür bin ich auch besonders wenn der fucking Mörder hinter uns her ist ich denke mal dass er Mörder ist er wollte uns ja helfen scheiße der Laden ist hier ein zerbrochen na auf die Funkkarte das sind so ein paar Stellen markiert sieht ganz gefährlich aus oder so endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer oh man Leute ich bin immer noch so hart glücklich dass wir runtergesprungen sind ne hätten wir die Lampe runtergeworfen wären wir wahrscheinlich draufgegangen das ist verdammt schlecht ich bin nochmal kurz weg wieder eine kurze Folge sind Vielen Dank.